Und pack das einfach mal hier so rüber. Das Ganze ist relativ bunt. Mit einer Hand. Achtet auf die Hand. Ach so, jetzt sehe ich, das ist jetzt, muss ich nochmal ganz kurz hier rum, damit ich das auch sehe, was ich da erzähle. Also im Endeffekt, wie gesagt, geht es ja um Videoproduktion im Generellen, also der gesamte Workflow und die gesamte Videoproduktion mache ich mit Fire-Software, Free- und Libre-Software, glaube ich, nicht nur Open-Source-Software. Ich hoffe, das stimmt auch, was ich da gerade erzähle. Und der gesamte Vortrag geht eben über Idee und Konzept. Das heißt, wie komme ich überhaupt dazu, ein Videotutorial machen zu wollen? Was sollte ich im Vorfeld so ein bisschen drüber nachdenken? Dann irgendwie über die gesamten Formate. Was gibt es da? Welche Überlegungen stecken dahinter? Was ist sinnvoll? Was ist nicht sinnvoll? Dann einen kleinen Abriss über die Hardware, weil das ist auch immer ein ganz, ganz großes Thema bei vielen Leuten, die sich Gedanken darüber machen. Da kann man sich jahrelang darüber unterhalten und vortrefflich miteinander streiten, was denn jetzt gut, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Dann natürlich die Software, die ich halt dazu einsetze, so ziemlich umfassend. Und dann zum Schluss geht es über die Präsentation, weil wenn man irgendwann mal Videotutorials macht, will man das natürlich auch irgendwo präsentieren. Das ist da, wo wir so ein bisschen miteinander kollidieren, dann halt einfach, weil es geht wieder um die Masse unter Umständen. Das kommt dann auch wieder darauf an, wie das Konzept aussieht, das ich mache. Aber gehen wir jetzt einfach mal auf Idee und Konzept. Also erst mal so geht es darum, okay, warum, was, wieso, wie soll, warum will ich ein Videotutorial machen? Und das was, warum, was, wie und wo ist einfach so, okay, wenn ich jetzt ein Thema habe oder mir kommt irgendwie so ein Thema in den Kopf, zum Beispiel, was bei Computerleuten oftmals so der Fall ist, man wird gefragt zu irgendwelchen Themen und erklärt das einmal, dann wird man weiterempfohlen, dann erklärt man es ungefähr 100 Mal und irgendwann sagt man so, warum muss ich das jedes Mal wiederholen? Im Endeffekt ändert sich da nichts. Ich könnte das ja auch irgendwie aufzeichnen oder, ja, doch irgendwie aufzeichnen und das dann einfach weiterschicken oder weitergeben oder wie auch immer. Das heißt, ich könnte mir einfach Gedanken drum machen, ist das Thema, was ich hier tue, den Aufwand wert, den ich treibe oder treiben möchte. So, und wenn ich dann soweit bin und sage, okay, ich möchte einen Aufwand treiben, wie das dann auch immer aussieht. Unten habe ich da nochmal geschrieben, als Video, Audio, Sprachnachricht oder Text. Das ist ja alles irgendwie möglich. Text kennen wir ja alle von den Blogs. Die Leute schreiben seit Ewigkeiten Blogs. Das hilft irgendwie ganz vielen Leuten. Natürlich geht es auch über soziale Netzwerke. Wenn es so kleine Sachen ist, dann können so Nachrichten geteilt werden und viele Leute können dabei partizipieren. Das kann aber auch einfach sein, dass man eine Sprachnachricht durch irgendeinen Messenger durchjagt, was die Person dann an einen weiteren Personenkreis weiterjagen kann, sodass man das nicht irgendwie 30 Mal in der Gruppe wiederholen muss, damit es auch jeder verstanden hat. Was natürlich dann auch als Aufzeichnung besonders sinnvoll ist, weil es wiederverwendbar ist. Das heißt, die Leute, die sich das anhören oder durchlesen, das immer wieder durchlesen können, bis sie es verstanden haben. Manches braucht halt einfach länger, damit sich das setzt. Und die einen sind einfach ein bisschen schneller, weil sie vielleicht ein bisschen mehr Vorwissen haben oder ein tieferes Interesse daran haben. Manche sind ein bisschen langsamer, weil sie es irgendwie einmal im Jahr brauchen. Und der letzte Punkt an der Stelle ist dann einfach so, mache ich das jetzt einfach nur für privat oder mache ich das gleich öffentlich? Und man kann jetzt natürlich sagen, ich erkläre jetzt meinen Nachbarn, meinen Freunden irgendwelche Software oder irgendwelche Konzepte zum Beispiel. Es muss ja nicht immer Software sein, was ich erkläre. Und da mache ich mir jetzt den Aufwand, weil ich es besonders schön machen will. Keine Ahnung. Und gibt es jetzt nur diese Person einfach jetzt privat weiter oder mache ich das gleich öffentlich? Und bei der Frage ist eigentlich so, alles, was wir tun in unseren Kreisen, gerade wenn wir so viel erklären oder wenn wir Konzepte anderen Menschen näher bringen wollen, sollte man sich grundsätzlich die Frage stellen, ist es nicht besser, das gleich irgendwie öffentlich zu stellen? Weil egal, wie speziell das Interesse ist, es gibt ganz viele Menschen, die auch Spezialinteressen haben, die entweder exakt damit zu tun haben oder das Thema streifen und einfach ein bisschen mehr über das Thema wissen wollen. Also das kann jetzt einfach sein, ich erkläre jetzt irgendwas zu einer Einrichtung vom Thunderbird-E-Mail-Client und erkläre dann nebendran noch irgendwie Pop3-E-Map und weiß egal was, so in dieser Richtung, vielleicht nochmal als separates Videotutorial und könnte das voneinander trennen, zum Beispiel bei der Themenbestimmung oder der Themabestimmung und könnte dann quasi so ein Archiv aufbauen von verschiedenen Themen, quasi wie so ein Video-Wiki oder ein Audio-Wiki als Podcast oder wie auch immer. So, das heißt, ich muss mir Gedanken zum Publikum machen und da ist ganz, ganz wichtig, wenn ich mir Gedanken zum Publikum mache, ist, wie verständlich ist das, was ich da rüberbringen möchte. Das heißt, kann ich immer davon ausgehen, dass das Publikum weiß, von was ich spreche. Also wenn ich jetzt irgendwelche Fachbegriffe nehme oder irgendwelche Personen nehme, du hattest vorhin eine Person genannt, Jochen, Joachim irgendwie, hast du so einen Namen genannt, der sagte mir zum Beispiel gar nichts. Und da ist halt so die Sache, okay, kann man so hinnehmen, du hast ihn ja auch dann zitiert und das Zitat war eigentlich das Wichtige und das war wunderbar. Aber man könnte sich zum Beispiel sagen, okay, wenn ich jetzt so einem bestimmten Thema was sage, kann ich vielleicht noch was Erklärendes mit dazugeben, dass du hast ja dann noch die Zitate, wo man nachlesen kann, wer das ist und dann kann man sich auch alles informieren. Genau sowas. Bitte? Herbert Marcuse. Nee, es war nicht Herbert Marcuse, es war Joachim oder Jochen, ich habe den Nachnamen. Josef Vogel. Oder Josef Vogel, genau. Dankeschön. Und dass man dann einfach die Informationen mitgibt, dass wenn jemand zum Beispiel so einen Namen oder einen Fachbegriff hört, dass man sich weiterbilden kann, wie bei einem Wiki einfach so, dass man einfach dem nachgehen kann und schön ist dann, wenn man halt gleich sagt, hier Personen sowieso, Fachpersonen für den und den Fachbereich und dann hat man schon irgendwie so ein Bild dabei. Weil gerade bei Video und Audio ist es unglaublich wichtig, dass man über Sprache ganz, ganz viel, also selbst auch bei Video über Sprache ganz, ganz viel rüberbringt. Man muss die Leute quasi im Fokus halten, dass die einfach mit dem Thema mitgehen. Das heißt, wenn ich Fachbegriffe benutze, sollte ich einfach wissen, okay, für welches Publikum ist das? Und selbst wenn ich es für ein Fachpublikum mache, diesen Vortrag, im Endeffekt sind es ja alles nur Vorträge, sollte ich davon ausgehen, dass nicht jeder aus diesem Bereich alles weiß. Das heißt, immer so eine kleine Schleife mitziehen, ohne dass man jetzt große Exkurse macht, aber einfach versuchen, die Leute irgendwie soweit zu befriedigen, dass sie wissen, worum es geht und nicht dann einfach fünf Minuten abgehängt sind, weil ich über etwas rede und die denken über etwas komplett anderes nach. Wer ist denn das? Was heißt denn das eigentlich? Könnte das nicht so? Und dann verliere ich dann halt auch die Leute. Das sind einfach so grundsätzliche Überlegungen, die man sich machen kann, vielleicht auch ein bisschen machen sollte. Und man kann das bis zum Exzess treiben, dass man dann alles erklärt, aber dann hat man so acht Stunden Vorträge, die hört sich dann auch keiner mehr an. Also irgendwo so eine gute Balance finden, was man da machen will. Und dann kann man natürlich noch über Barrierefreiheit, gerade auch bei Video reden, auch bei Podcasts, Untertitel zum Beispiel. Also je nachdem, wie weit man das treiben kann, will finanziell oder auch zeitlich. Mache ich jetzt Untertitel noch mit dazu? Mache ich noch eine Gebärdensprachlerin mit dazu? Das sind alles so Ideen, da kann man einfach sagen, okay, das spielt für mich eine Rolle, weil ich es kann, weil ich die Mittel dazu habe oder ich habe die Mittel einfach dazu nicht oder es ist mir egal. Kann man ja auch sagen, weil wir reden jetzt von einer Video-Tutorial-Produktion, die jemand quasi erst mal so aus seinem privaten Interesse heraus macht, noch gar nicht mal irgendwie vielleicht für eine Organisation oder vielleicht auch für eine Firma. So, und wenn ich mir über all das Gedanken gemacht habe, dann geht es eben darum, was ist, wie soll die Präsentation aussehen? Also sprich, rede ich jetzt einfach frei, wie ich das jetzt im Prinzip hier mache? Oder habe ich ein Skript, das ich ablese? Oder, oder und, mache ich aus dieser ganzen, ich nenne es mal Wissensvermittlung, ich gehe jetzt einfach davon aus, wir wollen Wissensvermittlung, mache ich daraus ein Entertainment. Das sind ganz grundsätzliche Konzepte, die sich nicht widersprechen, aber die unterschiedlich auch Aufwand erzeugen. Rede ich jetzt einfach frei, mache ich mir vorher Gedanken aus Notizen, habe ich mir vielleicht so Stichworte gesagt, gemacht, was ich alles erzählen möchte und rede einfach so, wie mir der Schnabel gewachsen ist, so wie ich das jetzt im Endeffekt auch mache. Dann sind da auch jede Menge Äs und Ös dabei und was man halt so als Füllworte mitnimmt, beziehungsweise auch so Sachen wie Sprechgeschwindigkeit, kommt dann auch nochmal dazu, spreche ich besonders langsam, erzähle ich jetzt irgendwie, bevor das ganze Ding überhaupt anfängt, warum ich jetzt zwei Jahre kein Video gemacht habe und was so bei mir los war, interessiert es überhaupt zu diesem Videotutorial, zu diesem ganzen Kontext, den ich hier mache, oder wie gehe ich da drin vor? Also das heißt, der Charakter von dem, was ich tue, hängt natürlich auch damit zusammen, wie ich das Ganze vorbereite. Und ich sage mal so, wer frei sprechen kann, das kann nicht unbedingt jeder, kann das machen, das wirkt immer sehr authentisch. Es gibt Leute, die schreiben sich Skripte, die sprechen sich die Skripte vor und schreiben dann ihr eigenes Gesprochenes zum Beispiel wieder ab, damit es authentisch bleibt und gucken dann einfach, dass es einen gewissen Zeitrahmen reingeht. Oder bei Entertainment macht man halt noch irgendwelche Faxen, Witze oder irgendwie sonst was dazu und das geht dann auch weiter in irgendwelche Animationen oder Soundeffekte und weitere Geschichten. So, und was ich vorhin auch nochmal gesagt habe, so, was ist das Ziel, was ich verfolge? Also mit meinem Tutorial. Wenn ich jetzt sage, ich will jetzt Einrichtungen von Thunderbird, E-Mail-Client zum Beispiel, zeigen. Ist es jetzt einfach eine Hilfe? Will ich da draußen ein Business generieren? Da kollidieren wir es und dann so ein bisschen zunabbeln, weil das ja dann meistens dann auch wieder in diese ganzen alten kommerziellen Netze reingehen soll zum Beispiel. Oder es ist für Firmen, die das als Videokurse verkaufen oder ich verkaufe es selber als Videokurs, kann ich zum Beispiel machen. Oder ich mache es für mein eigenes Archiv. Das heißt, ich habe jetzt, da ich zum Beispiel viel mit Synthesizern irgendwie rummache und Synthesizer sind halt dann manchmal doch recht komplexe Maschinchen und haben dann diverse, unterschiedliche Algorithmen irgendwie dran. Und wenn man da mal ein halbes Jahr lang nicht dran gesessen ist, dann sagt man sich, okay, wie ging das jetzt nochmal mit den 30, 40 verschiedenen Knöpfen? Da könnte man zum Beispiel sagen, okay, je nachdem, was das Ziel ist, treibe ich auch den Aufwand. Also ihr merkt, das geht immer so ein bisschen in Richtung, was mache ich und wie viel Aufwand muss ich oder kann ich treiben im Endeffekt? Wenn ich das für mein eigenes Archiv mache, kann ich quasi mein Smartphone nehmen und mich dabei filmen und quatschen und lege das dann nachher irgendwie mit meiner Festplatte ab. Und wenn ich dann irgendwie bei meinen Synthesizern irgendwie gucke, wie ging nochmal das, was ich damals habe, dann habe ich ein Videoarchiv und kann mir quasi selber wieder beibringen, was ich damals gelernt und dann wieder aktiv vergessen habe. So, und dann geht es um Formate, Aufwand, also grob die Themenbereiche Mediencontainer und die entsprechenden Parameter dazu. Das geht dann von bis, ich sage mal, die Auswahl, was nimmt man dafür und welche Auswirkungen hat das Ganze und dann in Richtung Grafik, Animation und Logos, dann der Bereich Audiosprache, Musik und Sound und dann die entsprechende Nachbearbeitung. Gehen wir mal über Mediencontainer und Parameter. Wenn ich ein Video-Tutorial mache, brauche ich irgendwie so einen Videocontainer, dass der Standard da draußen, sage ich jetzt mal, ist halt MP4. Es gibt natürlich auch nochmal MKV. Je nach Portal werden da bestimmte Container verlangt. Da geht auch nicht immer alles. Das geht zwar relativ viel, aber da muss man auch immer so ein bisschen so gucken, was wollen die verschiedenen Portale, zum Beispiel Peertube oder YouTube oder die ganzen anderen Portale oder wenn ich da selber was hoste, was brauche ich da als Vorbedingung. Als Audio sind MP3, AAC, Ock, Wave und Flak sind eigentlich eher weniger so der Fall, aber das sind alles so Container, die sollte man so ein bisschen im Hinterkopf haben, die zur Produktion wieder wichtig sind. Weil die verschiedenen Geräte, die ich benutze, geben mir unter Umständen unterschiedliche Formate dann auch wieder zurück. Und was ich bei den Videos noch beachten sollte, ist zum Beispiel die Bildwiederholrate. Es gibt auf den Portalen meistens wird angezeigt, so 30 Frames per Second oder 60 Frames per Second für die ganz coolen Kids. Aber wenn man jetzt sich das zum Beispiel mal anguckt, was zeige ich da eigentlich? Ich zeige jetzt, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel mit dem Thunderbird E-Mail-Client, ich zeige da ein Standbild. So, und wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt super fix, ich zeige jetzt dieses Standbild mit, sagen wir mal, 60 Frames per Second und die Auflösung nehme ich gleich mal 8K-Monitor, dann haue ich da ordentlich Daten raus für nichts und wieder nichts. Ich zeige vielleicht 10 Minuten lang ein Standbild, ich bewege noch nicht mal die Maus. Natürlich, durch den Mediencontainer werden da nicht so viel Daten quasi erzeugt, aber es sind halt doch erheblich mehr, als würde ich das jetzt nur in 27p oder 1080p machen, also in HD-Standard. Das heißt, bei der Auswahl des Mediencontainers, den ich da nehme, beziehungsweise auch die ganzen Parameter dazu, kann ich mir Gedanken machen, wenn ich jetzt hauptsächlich, sage ich jetzt mal super Rennspiele oder Ballerspiele, die einfach wahnsinnig schnell Bilderwechsel irgendwie dann habe, brauche ich dann hohe Bildwiederholraten? Nehme ich dann nicht vielleicht einfach das, was wir von Film her kennen, was das Auge auch gewöhnt ist, von 25 Bildern pro Sekunde? Das ist einfach so eine Überlegung und genauso bei der Formatauswahl, brauche ich ein 4K, ich habe einen 4K-Monitor, muss ich ein 4K-Video machen? Was zeige ich? Ich zeige ein Thunderbird in 4K. Ja, toll. Kann ich machen, das ist bestimmt auch total schick, wenn man es sich dann auf den riesen Monitoren irgendwie angucken kann. In 4K ist es total super und alles gestochen scharf, weiß der Geier was, aber ist das überhaupt sinnvoll, was ich da tue? Also immer auch so ein bisschen den Sinn hinterfragen, was ich da genau tue. Und der letzte Punkt bei diesen ganzen Mediencontainer-Parameter sind Bildschirm, Lupe und Zoom. Das heißt, ich sage jetzt mal, von meiner Präferenz her würde ich jetzt halt zum Beispiel, damit ich jetzt nicht ständig 3, 4 verschiedene Formate an den Start bringen muss, würde ich zum Beispiel sagen, ich mache jetzt bei mir standardmäßig einen MP4-Container, ich mache Bildwiederholrate 25 für die Videos, die ich mache, auch meine ganzen Musik-Tutorials, die ich mache, wo sich relativ viel bewegt, reicht das alles mit 25 Frames per Second? Das kann man ja mal ausprobieren, 2 Minuten aufnehmen, einfach gucken, ob dann alles nur noch schmiert auf dem Bildschirm oder ob es noch irgendwie einigermaßen sinnvoll ist, was ich da sehe. Und ich mache es in HD, weil HD ist eigentlich so der Standard und wenn du runtergehst auf 27p, ist dann teilweise doch, ich sage mal, die kleinen Sachen sind dann schon ein bisschen verschwommen. Und ich will es ja dann auch noch in einer Qualität haben, wo ich das einigermaßen scharf sehe, was ich da mache, gerade wenn es dann in so Bereiche geht, wo du vielleicht Detailbereiche hast, wo dann kleine Schriften da sind und sonst müsstest du das irgendwie vergrößern, verkleinern die ganze Zeit und das bringt dann auch wieder Unruhe rein. Und da ist dann zum Beispiel Bildschirmlupe so eine Sache, wenn ich den Thunderbird zeige, zum Beispiel in HD, dann kann ich eine Bildschirmlupe verwenden, um den gesamten Sichtbereich einzuschränken, um auch die Zuschauer mit in den Bereich mit reinzunehmen, den ich jetzt gerade betrachte. Weil wenn ich jetzt so ein Programm wie ein Thunderbird oder andere Programme mir raussuche und die haben dann ganz viele Knöpfe und Menüs und Bund und irgendwie sonst was und ich habe dann, nehmen wir mal ein Extrembeispiel, ich nehme mir einen 4K-Monitor, so einen riesen Thunderbird und den habe ich dann vielleicht auch gar nicht ein Vollbild, sondern nur so einen Teil, also ich sehe so eine Briefmarke irgendwie da oben und rechts und links sind dann noch irgendwelche Icons und noch vielleicht andere offene Programme und dann poppt hier mal so ein Messenger auf und ich erkläre jetzt, was gerade wichtig ist zu meinem Thunderbird. Und da macht jetzt irgendwas auf der Oberfläche oder ich habe ein geiles Hintergrundbild und die Leute betrachten einfach nur das Hintergrundbild und schweifen dann komplett ab. Das heißt, wenn ich mit einer Bildschirmlupe, also entweder mit einer Lupe, die halt diesen Bereich vergrößert und quasi so ein bisschen das Bild zerreißt in dem Moment oder ich mache den gesamten Bildschirm größer, dass ich quasi nur noch diesen Bereich sehe, den ich betrachten möchte, dann kann der Zuschauer oder die Zuschauer können da gar nicht mehr irgendwo anders hin. Die sind quasi in meinem Fokus gefangen. Das heißt, was in meiner Intention liegt, ich möchte ja das, was ich sage, dass das mit dem korrespondiert, was ich zeige und am besten so nah wie möglich in den Fokus reinschieben bei den Zuschauern, was ich da gerade bespreche. Das heißt, so standardmäßig würde ich zum Beispiel sagen, ich nehme eine HD-Auflösung, ich nehme Bildwiederholrate von 25 und ich benutze Bildschirmlupen dafür. Ich habe manche Videos, habe ich zum Beispiel für irgendwelche Plugins oder sowas, habe ich das Plugin einfach so riesig vergrößert, dass nur noch das Plugin zu sehen war auf dem kompletten Bildschirm und dann auch nur noch der Bereich, den ich besprochen habe und habe das dann halt einfach dann hin und her geschoben. Dann hast du zwar diese Schieberei und vielleicht ist der eine oder andere sehkrank dabei, das kann gut sein, aber ich kann mir sicher sein, dass die halt nicht währenddessen überlegen, was ist denn eigentlich der Knopf da oben, wenn ich da drehe, was steht denn da eigentlich, dass da einfach so die Aufmerksamkeit weggeht an der Stelle. Und das ganze Thema mit den Auflösungen, mit den Bildwiederholraten und den Formaten hat dann nachher noch auch was mit den Dateigrößen zu tun. Wenn ich zum Beispiel eine HD-Auflösung mache und mache ein Video jetzt von 10 Minuten und ich hätte jetzt sagen wir einfach mal so eine Dateigröße von 100 Megabyte, das ist natürlich nochmal was anderes, mache ich es jetzt in 4K und habe dann in den 10 Minuten 500 Megabyte oder 1 Gigabyte. Wer viel Plattenplatz hat, macht sich da vielleicht erstmal nicht so die Gedanken, aber vielleicht kommt dann jemand auf den Geschmack und sagt, hey, ich mache mehr Video-Tutorials, weil A, gefällt mir das, B, kommt das gut an, ich helfe irgendwie den Leuten, ist cool. So nach 100 Video-Tutorials reden wir dann miteinander nach Dateigrößen entweder zwischen 100 Megabyte oder einem Gigabyte. Das musst du dann irgendwo speichern oder du lädst halt irgendwo und sagst mir, egal, wenn es verloren geht, ist es auch wurscht. Aber das wäre ja nicht nur das, also wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt 1 Gigabyte Video-Tutorials, dann sind es einfach mal in 4K oder 8K oder weiß ja gar was, wie viel K irgendwie verfügbar. Reden wir doch einfach mal dann über das gesamte Thema Streaming und Umwelt. Also wenn ich jetzt einfach ein Video-Tutorial mache, das jetzt 8K hat und streamt dann halt einfach pro 10 Minuten 2 Gigabyte durch die Gegend. Und es ist einfach nicht notwendig, weil ich zeige einfach nur irgendwie so ein Textfeld quasi, wo man sich dann die Frage stellen sollte, okay, macht das wirklich Sinn, was ich da mache, wenn wir jetzt darüber reden, dass Video-Streaming einen Haufen Energie verbrät und CO2 zum Beispiel verursacht. Wäre es dann nie sinnvoller, ich mache dann für das, was ich da tue, das entsprechende Format, die entsprechende Auflösung und schicke dann halt nachher zum Beispiel nur 100 oder 50 Megabyte durch die Gegend statt 2 Gigabyte. Also einfach so, man kann das immer weiterdenken und man kommt bestimmt noch in ganz viele andere Bereiche rein, in denen man da bestimmte Dinge rechtfertigen kann, für sich halt auch. Es muss halt immer für einen selbst dann auch im Endeffekt stimmen, wenn man zu den coolen Kids gehören möchte, die halt einfach 360-Grad-Videos machen von ihrem Goldfisch. Können sie machen, wenn es sinnvoll ist. Aber die Frage ist, wie sinnvoll ist es für einen selber auf das Zielpublikum dann auch nochmal abgestimmt. Und gerade bei dem Zielpublikum ist auch Bildschirmlupe nochmal so eine Sache. Also nicht nur der Fokus, sondern wir müssen mal gucken. Wir sind jetzt hier auch schon, es ist nicht gerade mehr so im Teenager-Alter so grundsätzlich. Die Augen werden dann auch zum Beispiel schwächer. Und ich kenne ganz viele Leute, die sind unheimlich froh, wenn das, was sie auf dem Bildschirm sehen, auch lesbar ist. Es gibt so ganz viele Computer-Erklärvideos mit irgendwelchen Terminals. Da hast du halt so einen Bildschirm und oben rechts ist halt so ein Terminal und irgendwas bewegt sich da. Aber du kannst es halt einfach nicht mehr lesen. Wenn du eine Brille auf hast, vielleicht dann noch. Aber ansonsten fängst du schon selber an, das Zeug zu vergrößern. Also eine Bildschirmlupe ist ein riesen, riesen Thema, was ganz viele Leute überhaupt gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Selbst wenn ich nur ein Terminal zeige. Einfach groß machen. Warum den ganzen Platz verschwenden? Und als letztes Thema für diese Folie ist halt bei dieser ganzen Auflösung Bildschirmlupe-Geschichte. Wir gucken ja nicht immer alles auf dem Computer oder auf einem riesen Fernseher, Projektor, irgendwie sonst was, sondern manchmal auch einfach nur auf dem Smartphone. Und wenn man dann solche kleinen Terminal-Geschichten irgendwie angucken will, hast du halt einfach verloren. Also man kann sich einfach die Gedanken machen, auf welchem Endgerät wird das später dann auch nochmal abgespielt, die ganze Geschichte. So, gehen wir einfach weiter. Wenn ich ein Videotutorial mache, dann sollte ich mir natürlich auch nochmal Gedanken machen über ein Thumbnail. Und ein Thumbnail ist wie so ein Cover, wie bei CD, LP, wer das alles noch irgendwie kennt. Oder bei den Covern von irgendwie Musik. Dass man sagt, okay, ich mache jetzt einen Cover, eine Grafik, das so darauf hinführt, was in diesem Tutorial passiert. Also sprich irgendwie mit einer Abbildung von dem, was ich da erkläre, vielleicht auch nochmal einen Text dazu. Und das kann man vom, ich sag mal, konservativsten Bild bis hin zum völlig ausgerasteten Bild irgendwie machen. Wobei man dann natürlich dann nochmal sagen muss, wie sinnvoll ist das, wenn man jetzt da komplett ausrastet. Also will ich jetzt etwas Seriöses, jetzt ein bisschen blödes Wort, aber will ich jetzt etwas Hilfreiches machen, dass die Leute, wenn die nach etwas suchen, relativ schnell verstehen. Wir hatten ja vorhin diese, das war also neun-Sekunden-Regel, wo die Leute einfach Aufmerksamkeit haben und verstehen müssen, was es ist. Das heißt, wenn ich jetzt da eine super komplexe, hochtheoretische Grafik irgendwie mache, wo die Leute erstmal so gucken müssen, wie diese, es gibt ja so Comics, die bestehen aus ganz, ganz vielen kleinen Details und du kannst da stundenlang suchen, das ist eine unheimlich tolle Sache, aber wenn du eine Information rüberbringen willst, solltest du relativ klar formulieren, was erwartet die Zuschauer bei diesem Tutorial. Das kann man nicht immer in einem Bild machen, aber einfach mal so einen Hinweis, wenn ich jetzt sage und drunter schreibe, Thunderbird, E-Mail-Installation und ich mache dann irgendwie eine Webseite da drüber. Das passt dann nicht mehr, aber ich glaube, das ist auch jedem relativ klar. Dann Animationen. Mache ich Animationen in meine Video-Tutorials rein? Wie hilft mir das bei meinen Video-Tutorials? Auch immer so die Frage, unterstützt es mich in dem, was ich mache, in dem, was ich aussagen möchte, in dem, was ich zeigen möchte? Manchmal ist es sehr, sehr sinnvoll, das zu tun, wenn man alles so vereinfacht dann darstellt, wenn man denn die Möglichkeiten dazu hat oder es ist einfach nur eine Spielerei, was auch völlig in Ordnung wäre, wenn ich zum Beispiel einfach das Ganze auflockern will oder wenn mein Video-Tutorial-Geschichte eher auch mehr so Entertainment hat, dann macht das auch Sinn. Und natürlich ein Logo. Also irgendetwas, was sich wiederholt. Logo muss jetzt nicht irgendwie von einem Webdesigner oder von irgendeinem Designer sein, der jetzt einem da irgendwas zu zeichnen. Das kann einfach irgendwie auch nur der Name sein oder irgendwie ein Name mit einer bestimmten Farbe. Irgendwas, was man immer wieder irgendwo ranpappen kann, sodass wenn Leute suchen, erkennen, ah, das ist von dieser Person, hat mir das letzte Mal gefallen, gucke ich doch einfach mal rein, was die Person zu diesem Thema einfach erklärt. Das hilft den Leuten einfach beim Suchen. Also ihr kennt das ja, wenn ihr auf irgendwelchen Videoportalen seid und dann habt ihr bestimmte Suchergebnisse und dann wisst ihr ja, okay, nee, den nicht oder die nicht, weil da kommt nichts bei rum oder genau die ja, weil die Person verstehe ich. Das ist auch immer eine sehr persönliche Geschichte. Es gibt Leute, die erklären oder es gibt ganz viele Leute, die erklären exakt dasselbe Thema, aber manchen versteht man es einfach besser. Es hat manchmal sehr oft auch was mit Sympathie zu tun oder einfach die Art und Weise, wie das jemand tut. Also die Worte, die die Person wählt. Und ein Logo hilft da einfach auch eure Freunde und Gegner zu gruppieren. So, und jetzt kommen wir zu Audio, Sprache, Musik und Sound. Das ist ein Riesenthema. Ich versuche es mal so ein bisschen einzugrenzen. Bei Audio generell. Es gibt bei der Audioverarbeitung die so technische Größen, die 44,1 Kilohertz, die kennt man von der CD vielleicht einfach noch. Dann gibt es 48 Kilohertz, 96 Kilohertz. Das geht hoch bis 320 Kilohertz, was an Audioaufnahmen oder Verarbeitung gemacht werden kann. Und das Ganze geht dann noch rüber in 16 und 32 Bit beziehungsweise ein Zwischenwert ist dann noch 24 Bit, was man machen kann. Also es gibt da relativ viele Werte als Standardlösung für einen Videopodcast, der sich jetzt nicht um irgendwelche Sound-High-Fidelity-Geschichten irgendwie rankt und der dann auch nicht auf irgendwelchen Portalen wie YouTube oder Vimeo oder Peertube hochgeladen wird, sondern der in bestimmten Umgebungen abgespielt werden soll, die sie auch dafür geeignet sind, ist so ein Standardwert von 44 Kilohertz und 16 Bit exakt das Richtige. Also das ist eine sehr hohe Qualität und damit kann man einfach gar nichts falsch machen. Das Einzige, worauf man achten sollte, wenn man jetzt zum Beispiel unterschiedliche Aufnahmegeräte hat, dass man diese Werte immer gleich hält. Also nicht, dass man jetzt mit einem Gerät 44 Kilohertz aufnimmt, im Computer hat man das ganze System auf 48 Kilohertz eingestellt, da kommt man in so Umwandlungs-Arien, die unter Umständen relativ merkwürdige Effekte nach sich ziehen. Also da auch immer gucken, dass die gesamte Kette gleich eingestellt ist, egal für was ihr euch entscheidet. Also es sollte immer die exakt gleiche Kette sein, sonst handelt ihr euch einfach teilweise sehr merkwürdige Effekte ein, dass dann plötzlich die Stimme langsamer, schneller ist, wäre so das Offensichtlichste dabei. Einheitliche Lautstärke, Riesenthema. Alleine beim Sprechen. Also wenn wir jetzt einfach nur sagen, ich mache jetzt gar keine Soundeffekte, gar keine Musik, gar nichts, irgendwas beim Sprechen. Da komme ich später nochmal ganz kurz dazu. Wenn ihr aufnehmt, könnt ihr natürlich irgendwie gucken, dass ihr immer genau die gleiche Lautstärke habt, immer den genau gleichen Abstand zum Mikrofon habt, dass das ungefähr so stimmt. Wenn ihr das schon zu zweit macht, habt ihr ein Problem, weil dann dreht ihr vielleicht auch mal den Kopf und dann ist die Stimme mal ein bisschen leiser, ein bisschen lauter. Wenn ihr das als Podcast macht, stört das noch wesentlich mehr, weil das hat man dann meistens auch im Ohr und hört es dann, wenn man irgendwie unterwegs ist oder sowas. Und dann ist man vielleicht gerade an einer lauten Straßeneckung und dann versteht man die Leute nicht mehr. Komme ich nachher nochmal ganz kurz dazu, was es da für Möglichkeiten gibt und das bieten eigentlich auch alle Softwarelösungen dazu an. Sprechgeschwindigkeit. Das heißt, ich spreche jetzt, glaube ich, relativ schnell. Man kann auch relativ langsam sprechen. Kommt wieder auf das Publikum drauf an. Das kommt auf das Thema des Videotutorials an. Das heißt, wie ihr das präsentieren wollt. Entertainment. Kommen noch andere Sachen wie Timing mit dazu. Das heißt, achtet vielleicht einfach mal selber drauf, wie schnell ihr Videotutorials hört. Es gibt ja diverse Tools, womit man die langsamer und schneller irgendwie anhören kann. Und achtet, macht Testaufnahmen, wenn ihr sprecht, wie sich das für euch anhört. Einfach mal eine Testaufnahme machen, ein, zwei Tage liegen lassen und danach wieder anhören. So direkt anhören kann man zwar auch machen, aber das ist mehr so zur Korrektur, wie man spricht. Also, ob man jetzt verständlich spricht, ob man viele Äs und Ös irgendwie reinbaut oder so weiter. Aber Sprechgeschwindigkeit ist einfach vielleicht mal aufnehmen, einen Tag, zwei liegen lassen und dann selber nochmal anderen sagen, komm mal aus dem Quark. Oder viel zu schnell, viel zu hastig. Da kann man riesig viel Zeit darauf verwenden. Es gibt ja auch professionelle Sprachtrainer, die genau nur das mit den Leuten monatelang, jahrelang üben. Also, da ist noch kein Profi vom Himmel gefallen normalerweise. Aber wenn man das so für sich so ein bisschen im Kopf behält, weil man das vielleicht auch als Business aufziehen will für sich oder als Halbbusiness oder wie auch immer, kann man das einfach mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, um dann nicht irgendwie die Leute zu verlieren und sagen, oh Gott, das Video ist ja 10 Minuten oder 20 Minuten und er spricht auch noch so langsam. Dann kannst du es schneller laufen lassen und dann hast du gewonnen, aber viele kennen auch diese Möglichkeiten nicht. Bei Sprechgeschwindigkeit beziehungsweise beim Sprechen ist dann noch eine Low-Cut-Variante. Low-Cut kommt vom EQ. Low-Cut bedeutet nichts, anderes, als dass man die tiefen Frequenzen, die Bassfrequenzen ein bisschen abschneidet. Das wird oft so ein bisschen auch erklärt als Trittschall. Viele Mikrofone haben das zum Beispiel eingebaut, dass du besonders tiefe Frequenzen standardmäßig sofort rausfilterst. Was bedeutet, wenn wir uns jetzt hier bewegen oder wenn jetzt der Tisch irgendwie so rumpelt oder wir haben draußen irgendwelche Geräusche am Start, dass einfach so die tiefen Frequenzen, also dass jetzt irgendwie so ein Rumpeln oder wenn ich jetzt hier auf den Tisch draufklopfe, dass das so ein bisschen rausgefiltert wird. Das Ganze kommt daher, unsere Stimme bewegt sich irgendwo, je nach Stimmhöhe, je nach Geschlecht, bewegt die sich so zwischen, ich sag mal so 800 Hertz und drei, vier Kilohertz sowas denn drehen. und diese Low-Cuts, also diese EQ-Einstellungen, wo man das rausschneidet, kann man dann einfach so in diese Richtung drehen, im Sinne von, dass man sagt, ich nehme jetzt mal alles so bei 100 Hertz raus, so Subwoofer oder sowas, den Dreh 120, 200 Hertz. Kann man bei der Aufnahme schon gleich machen, kann man aber auch dann nachträglich nochmal machen, indem man einfach guckt, okay, wie weit kann ich das rausmachen, ohne dass meine Stimme dann so schon anders klingt, als sie normal klingt. Ich habe das extra auch nochmal deshalb aufgeschrieben, bei vielen Podcast-Aufnahmen, es sind zwar immer weniger, aber gerade am Anfang, die letzten bis vor so drei, vier Jahren, hatte man das oft, dass die, zum Beispiel beim Sprechen, gibt es bei Mikrofonen diesen Nahsprecheffekt, das heißt, je näher ich an Mikrofonen rangehe, desto mehr wird da so ein bisschen, wird es intimer, also kommen so mehr die tieferen Frequenzen stärker rüber. Und viele Leute finden das halt sehr, wie soll ich sagen, sehr schön, um es vorsichtig auszudrücken, hat aber den Nachteil, viele Frequenzen, je nach Abhörgerät, dröhnt das. Das heißt, je nach Umgebung, je nach Abspielgerät, dröhnt einfach nur noch die Audioaufnahmen, wenn ich es als Podcast oder als Video nehme oder die Lautsprecher im Notebook sind dann einfach komplett überfordert und das hat dann auch wieder andere Effekte, dass zum Beispiel viele tiefe Frequenzen dann die hohen Frequenzen wieder ein bisschen unterdrücken, hat irgendwas mit Energie zu tun, will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, aber dadurch verändert man eine Unbalance der Sprache und der Verständlichkeit und eigentlich alles, was wir wollen, ist, dass wir etwas zeigen auf dem Bildschirm bei einem Video-Tutorial und dass das, was wir sprechen, auch einfach verstanden wird. Und zu dem ganzen Thema Audiosprache, Musik und Sound gehören die Themen Intro-Musik oder Musik generell und Sound-Effekte dazu. Hat wieder was mit dem Aufwand zu tun. Intro ist so ein bisschen das akustische Logo dazu. Kann man machen, muss man nicht unbedingt. Das heißt, je nachdem, wie man sein Video-Tutorial aufbaut, kann man, ich mache das zum Beispiel so, ich habe zum Beispiel ein Cover bei meinen Tutorials, dann erzähle ich kurz, um was es in diesem Tutorial geht, dann wird das Cover umgedreht oder halt gewechselt auf das nächste Screen. Dann kommt quasi beim Wechsel kommt so eine kurze Intro, Animation und Musik, die ist irgendwo bei, glaube ich, fünf Sekunden oder zwei Sekunden sowas in den Dreh. Und dann lege ich los mit dem eigentlichen Tutorial. Das ist so der normale Ablauf bei mir. Wenn man Musik reinnimmt, ganz klar, Lizenzen beachten. Je nachdem, wo man das hochlädt oder wie man das verbreitet, läuft man sonst Gefahr, irgendwie eine Klage an den Hals zu kriegen. Beziehungsweise, wenn es günstig läuft, kriegt man keine Klage an den Hals, sondern wird einfach auf dem Portal gesperrt. Und Soundeffekte hat wieder was mit dem Aufwand zu tun. Wenn ich Soundeffekte reinmache, kann ich das entweder live reinmachen mit so irgendwie Zeug, was ich rumliegen habe oder ich kann das irgendwie mit Software machen, dass ich irgendwie mir selber Beifall klatsche oder sowas hindrehe. oder ich mache das einfach nachträglich im Schnitt, was auch wieder ein höherer Aufwand ist. Und dann wären wir eben wieder bei der Nachbearbeitung. Live versus Schnitt. Wie viel mache ich live bei meinen Video-Tutorials? Also das heißt, bereite ich vor oder wie viel mache ich nachher mal im Schnitt? Wenn ich noch nicht viele Video-Tutorials gemacht habe, kann natürlich sein, ich möchte das live einsprechen, kann das aber noch nicht und verhaspe mich die ganze Zeit. Dann kann ich natürlich irgendwie 30 Versuche irgendwie machen. Dann ist so ein Tag auch mal rum, je nachdem, wie lange das Thema halt auch ist. Oder ich sage, okay, ich rede so lange, ich mache das jedes Mal, bis ich es besitze und mache den nächsten Take und muss dann einfach nachschneiden. Oder ich sage von vorne weg, ich schneide das Ding, ich mache immer zu einem abgeschlossenen Thema, mache ich quasi meinen Sprachbeitrag und das, was ich zeigen will. Und dann gehe ich zum nächsten und mache dann so die einzelnen Stücke einfach fertig und zum Schluss schneide ich das nachher dann zusammen, als hätte ich es quasi durchgebracht. Kann man alles machen, ist alles valide, aber ist dann auch wieder so Aufwand, den ich da treiben möchte. Und wenn ich es natürlich nachher schneide, sind halt irgendwie, kann ich mich mit Übergängen und Effekten beschäftigen, dass da alles irgendwie durch die Gegend fliegt und bunt wird und auflöst und da kann man ja alles Mögliche in der Richtung machen. Und was ich vorhin auch nochmal angesprochen habe, ist eben Qualität und Dateigrößen, ist in dem Fall auch nochmal beim Schnitt einfach drauf achten, okay, welche Qualität soll ich haben, wenn ich als Ausgangsmaterial zum Beispiel einfach 4K habe, weil ich bestimmte Dinge zeigen will, wo ich diese Auflösung brauche. Das ist die Frage, brauche ich das nachher dann auch wieder nach dem Schnitt oder arbeite ich dann mit Zooms oder wie auch immer. Das sind einfach so Fragen, die immer wieder in diesem ganzen Produktionsprozess vorkommen. So, und jetzt das Thema Hardware. Bei dem ganzen Konzept und der Idee, die ich habe, was brauche ich für Hardware? Ich kann natürlich 100.000 Euro in die Hand nehmen und mir Hardware anschaffen. Das kriegst du locker los bei der ganzen Sache. Kannst du machen. Du kannst aber auch einfach loslegen mit dem, was du hast. Wenn du einen Computer hast und eine Webcam und du brauchst unbedingt eine Webcam, weil du dich selber zeigen willst beim Videotutorial, was oftmals auch sehr hilfreich ist für die Leute, dass sie da jemanden sehen, der ihnen quasi was erzählt und rumfuchteln. Rumfuchteln ist manchmal sehr, sehr wichtig beim Erklären. Kannst du mit der Kamera machen oder du sagst halt, okay, ich nehme keine Kamera, aber ich habe jetzt einfach keine oder die, die ich habe, das ist einfach Müll oder ich will mein Zimmer nicht zeigen oder was auch immer. Alles valide. Aber da sollte man sich einfach vorher Gedanken drüber machen und halt auch sagen, okay, was macht Sinn für mein Tutorial, was ich da mache. Das ist immer so die Hauptfrage. Was macht hier Sinn? Das Gleiche für Mikrofonen. Wenn ich kein Mikrofon oder wenn ich das Mikrofon am Rechner nicht benutzen kann, weil ich an dem Rechner gleichzeitig eben rum vorwerke und dann eben diese ganzen Tippgeräusche und Kratzgeräusche und was man da halt alles produziert nicht haben will, muss ich mich um ein externes Mikrofon bemühen. Man kann sich da zum Beispiel auch helfen, dass man zum Beispiel das Smartphone nimmt und das irgendwie so nebendran hinstellt und quasi als Mikrofon benutzt. Dann hat man zwar zwei Aufnahmegeräte, die muss man später wieder synchronisieren, Ton und Bild, aber kann man machen. Aber man hat einfach den Nachteil nicht, dass man dieses ganze Getippe da die ganze Zeit im Ohr hat. Also gerade wenn Leute halt dann auch Videotutorials über Kopfhörer hören, ist das nicht von der Hand zu weisen, dass das halt teilweise wirklich echt störend ist und man irgendwann absolut die Lust verliert oder völlig entnervt das Ding abschaltet, weil man es nicht mehr erträgt, weil ständig da einer an dem Teil da rumkratzt. Dann bei Videotutorials, wenn ich das auf dem Bildschirm zeigen will, bräuchte ich einen Computer. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Der Computer sollte einigermaßen leistungsstark sein. Einigermaßen, sag ich jetzt mal, das ist irgendwie so ein Modell 2016, 15, 17, irgendwie sowas, die Dreh, wo ich die Software zeigen kann und gleichzeitig aufnehmen kann. Da komme ich dann auch nochmal zur Software gleich, was man da beachten muss. Und wenn mein Computer halt nicht ganz so leistungsstark hat, ich aber einen zweiten Computer habe, mit dem ich aufnehmen kann, dann kann man sich solche HDMI-Grabberboxen nehmen. Das ist im Endeffekt nichts anderes, wenn ich hier mit dem HDMI-Kabel rausgehe, lege ich in so eine Box rein und die hat dann zwei Ausgänge. Der eine Ausgang geht dann meistens auf den USB auf den zweiten Computer und der zweite Ausgang geht dann an den Bildschirm, damit ich überhaupt sehe, was ich da tue. Und der zweite Computer macht dann nichts anderes, als Audio und Video aufzunehmen und das dann als Video quasi auf Festplatte abzuspeichern. Also könnte man das Ganze verteilen. Mehr will ich zur Hardware auch gar nicht sagen, weil man kann da wirklich von bis in alle Regionen gehen und soll ja eigentlich auch nicht über Hardware gehen, sondern über Software. So, und bei Software reden wir dann einfach über Grafiken, Erstellung und Bearbeitung, die ganze Video- und Audioaufnahme, die Postproduktion und den Schnitt und dann die Audio-Nachbearbeitung, die man unter Umständen einfach hat, wenn man nicht die Möglichkeit hat, diese ganze Audioaufnahme im Vorrein schon mal so zu machen, dass man daran später nichts mehr ändern muss. Ich nehme zum Beispiel für die ganze Grafikerstellung und Bearbeitung, nehme ich hauptsächlich GIMP als Grafikbearbeitungssystem. Ich habe GIMP jetzt zum Beispiel auch für die ganzen Folien genommen, habe ich einfach die ganzen Folien in GIMP gemacht und grundsätzlich benutze ich einfach GIMP für die ganze Cover-Erstellung. Ich benutze GIMP für irgendwelche Grafiken zur Veranschaulichung, die ich mache. Aber es gibt natürlich dann eben noch die andere Software, Krita oder manche benutzen eben auch Inkscape. Und hier zum Beispiel für die Präsentation benutze ich Quenview von KDE, einfach um die Bilddateien anzuzeigen, die ich über GIMP exportiert habe. Das heißt, ich habe allein bei der Grafikerstellung habe ich schon ein Riesenarsenal an verschiedenster Software, die ich benutzen kann. Und die wird ja auch professionell eingesetzt, sodass ich quasi hier mit Open Source oder FreeLipo Open Source Software komplett abgedeckt bin, was das ist. Ich erzähle extra jetzt nicht wesentlich mehr zu dieser Software, weil das wären ja wieder komplett eigene Vorträge oder Tutorials oder ganze Workshops irgendwie dazu. So, bei Video- und Audioaufnahme benutze ich hauptsächlich OBS Studio. Und das kennen vielleicht die einen oder anderen schon. Es gibt natürlich auch solche Screen Recording Tools, Kommandozeilen-Tools, die man einfach starten kann und dann wird der komplette Bildschirm aufgenommen. Ich benutze OBS Studio, was auch ein Open Source Produkt ist. Benutze ich deshalb, weil ich da relativ viel machen kann. Also das ist wirklich wie so ein kleines Video-Studio, wo ich dann so die einzelnen Szenen, nennt sich das. Das heißt, ich bereite so Bildschirme vor, wo ich zum Beispiel sage, ich habe auf dem ersten Bildschirm mein Cover und dann kann ich einfach umschalten auf den zweiten Bildschirm. Also zweite Szene. Und die zweite Szene ist dann quasi, wird mein Bildschirm abgefilmt und ist noch meine Videokamera, meine Webcam quasi integriert. Und dann sieht man eben diesen Bildschirm und mich unten, der da irgendwie quatscht und fuchtelt. Und ich kann dann mit der Maus einfach alles sagen. Und das füge ich alles über diese Szenen bei OBS mit da rein. Das heißt, ich konfiguriere dieses System schon im Vorfeld, so wie ich das nachher quasi bei der Live-Aufnahme zeigen möchte. Und ich persönlich schalte das dann hier zum Beispiel mit meinem Nummernblock auf der Tastatur. Kann ich das einfach umschalten? Da habe ich zum Beispiel auf eins habe ich mein Cover. Auf der zwei habe ich die zweite Szene. Und selten brauche ich eine dritte Szene dafür. Das brauche ich dann, wenn ich dann wirklich ganz spezielle Sachen irgendwie mache, wo ich dann vielleicht eine zweite Kamera mit irgendwie anschließe oder so, dass ich dann direkt auf diese Kamera umschalten kann. Wie so ein Regie-Studio bei einem Fernsehsender schalte ich dann quasi einfach die Szenen auf andere Kameras quasi um. Und was ich vorhin dann nochmal bei der ganzen Audio-Aufnahme angekündigt habe, ist, weil das extrem wichtig ist, wenn ihr Bilder oder wenn ihr Videotutorials macht, bei dieser ganzen Aufnahme von Audio. Es gibt so eine Abfolge oder so eine Kette von bestimmten Tools, mit denen man einfach das eigene Audio verbessern kann. Und das ist so die Standardkette, die man hat. Das heißt, man hat am Anfang einen Denoiser, dann einen Gate, einen Kompressor und einen Limiter. Einen Denoiser ist nichts anderes. Ich weiß nicht, ob ihr mal mit AutoCity irgendwas gemacht habt. Da gibt es so Rauschentfernungsfilter zum Beispiel. Das heißt, ich kann in einem Raum, in dem ich bin, und wenn alles ruhig ist, habe ich immer Sound. Da ist immer so ein Grundrauschen da. Irgendwo so bei, in der Stadt wahrscheinlich über 30 Dezibel oder 40 Dezibel oder sowas. Auch egal, wenn du auf dem Land bist und ruhig bist, du hast immer ein Grundrauschen da. Luft bewegt sich oder was auch immer. Es knackt irgendwo. Aber ich sage mal so, auch wenn nichts knackt, ist es immer, es rauscht alles die ganze Zeit. Mit einem Denoiser kann ich einstellen, dass dieses Grundrauschen einfach schon mal entfernt wird. Also es filtert dieses Rauschen einfach mal raus. Und dann habt ihr erst mal, wenn ihr eine Aufnahme habt mit einem Denoiser in einem sehr ruhigen Raum, habt ihr einfach absolute Stille. Ein Gate ist dann sowas, das wird nochmal oben drauf gesetzt, wo ich dann einfach sage, naja, wenn ich jetzt hier an meinem Tastatur was tippe, will ich das nicht unbedingt aufnehmen. Das heißt, ein Gate gebe ich einfach mit vor, dass ich eine Lautstärke definiere, ab wann das Mikrofon öffnet. Das heißt, wenn ich hier so ein Tippen habe, sagen wir mal mit 40 Dezibel oder sowas, dann setze ich das Gate einfach auf 45 Dezibel und dann kann ich hier tippen und das Mikrofon nimmt das nicht auf. Sobald ich spreche, und das ist lauter als 45 Dezibel, irgendwo bei 60 Dezibel oder doch so 60 Dezibel, 50, 60 Dezibel, dann macht das Gate auf und das Mikrofon nimmt auf. So, das wäre ein Gate. Der Kompressor ist ein Tool, womit man die Dynamik bearbeitet. Das heißt, ob ich jetzt mal hier ein bisschen leiser spreche oder ein bisschen lauter spreche, versucht der Kompressor auszugleichen, sodass das später bei der Aufnahme, man hört zwar schon, dass ich leiser oder lauter spreche, aber es ist nicht leiser oder lauter, im Endeffekt vom Pegel her. Das hat dann noch ganz andere Effekte, aber das ist halt einfach so, man merkt, okay, ich nehme jetzt meine Stimme so ein bisschen zurück und spreche jetzt einfach so mal ein bisschen leiser oder ich spreche jetzt einfach lauter. Und der Kompressor macht einfach diesen Pegel, der sonst irgendwie hoch und runter gehen würde, versucht er einfach ein bisschen auszugleichen. Da gibt es irre viele Tutorials alleine über Kompressoren und was die machen. Und der Limiter macht nichts anderes, als dass er sagt, okay, ich habe bei der ganzen digitalen Aufnahme habe ich ein Limit von 0 dB und bei digitalen Aufnahmen ist quasi das Maximale, was man aufnehmen kann, 0 dB und dann geht es in den Minusbereich. Also 0 dB ist das Lauteste und alles was leiser ist natürlich Minus dB quasi. Und beim Limiter sagt man so Minus 1 dB, damit das nicht irgendwie oben ankommt, weil wenn ich quasi über die 0 dB hinausgehe, was ich technisch machen könnte, gibt es schreckliche Verzerrungen. Das klingt einfach mega furchtbar. Das ist überhaupt nicht schön, das will man eigentlich nicht. Deshalb kommt ein Limiter hin, der kappt dann quasi einfach die Lautstärke. Man hört das zwar, aber es kommt nicht zu diesen grässlichen Verzerrungen dabei in der Stimme. Ich rede wieder viel zu lang. So, und dann kommt es zur Postproduktion und Schnitt und da gibt es auch wieder unterschiedliche Software. Ich benutze hauptsächlich KDN Live, wenn ich was schneide oder wenn ich irgendwelche Zwischenfilmchen mache oder wenn ich mich dann nach dem fünften Versuch, das Ding irgendwie einzusprechen, dann entscheide, okay, dann mache ich es halt einfach nicht live, dann muss ich es einfach schneiden, weil ich kriege es einfach so jetzt nicht gesprochen, das ist heute nicht mein Tag. Dann schneide ich das mit KDN Live oder ein anderes relativ beliebtes Tool ist eben auch Shotcut, auch alles Open Source Projekte. Und dann gehe ich einfach hin, lade mir meine ganzen, normalerweise meine Aufnahmen, meine Video- und Audioaufnahme da rein und schneide die Sachen raus, gucke einfach so, passt das mit den Übergängen und rendere das dann nachher raus. Versuche ich aber gerne halt zu vermeiden, weil das halt dann auch wieder ein Aufwand, den man treiben muss. Gibt dann noch den Editor, Olive Editor und Blender kann auch Videoschnitt machen. Wer das lieber mag, ich finde es ein bisschen komplex, um es mal so vorsichtig zu formulieren. Olive Editor hatte ich mal in der Version 1 benutzt, der ist in der Version 2, die haben jetzt angefangen, mit irgendwelchen Pfaden da zu arbeiten. Da bin ich dann irgendwann mal ausgestiegen, weil ich eigentlich nur Videodateien schneiden und einander packen will. Mehr will ich eigentlich gar nicht. Maximal noch irgendwie eine Überblende, falls die beiden Enden nicht so richtig gut zueinander passen. Aber ich benutze da eigentlich meistens nur so die Basisfunktion von den Ganzen und da sind eben Cardin Live und Shotcut hervorragende Programme dafür. Ein weiteres Programm, Lossless Cut, ist ganz klasse, wenn ihr zum Beispiel lange Videoaufnahmen habt und ihr wollt jetzt einzelne Bereiche davon rausschneiden. Lossless Cut rendert die Datei nicht neu, sondern das schneidet nach den Keyframes von den Videos. Keyframes sind nichts anderes als im normalen Videostream wird ja immer ein komplettes Bild aufgenommen. Dann wird eine Weile einfach nur die Veränderung aufgezeichnet. Dann kommt wieder ein komplettes Bild, dann bekommen wieder nur die Veränderungen und ein komplettes Bild. So wird auch die ganze Kompression bewerkstelligt oder ein Teil der Kompression bewerkstelligt für die Videodateien, dass die halt nicht alle total riesig sind. Und Lossless Cut schneidet eben bei diesen Keyframes und schneidet die halt einfach raus. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie zwei Stunden Videodatei bearbeite und ich brauche da jetzt einfach nur, keine Ahnung, eine Minute daraus, nehme ich Lossless Cut, schneide mir die Minute raus und habe nach einer Sekunde habe ich einfach mal eine Minute rausgeschnitten. So, kann die dann weiterverarbeiten im Schnittprogramm oder so. Und ich benutze FFM-Pack tatsächlich, wenn ich zum Beispiel ein Video aufnehme, meine Audioaufnahme war jetzt einfach viel zu leise. Man versteht mich nicht. Das ist total blöd, wenn ihr das irgendwo auf dem Videoportal hochlädt und die Audioaufnahme ist einfach zu leise, ihr dreht das Ding auf und irgendwann geht es nicht mehr. Und dann nehmt ihr zusätzliche Tools, um das noch lauter zu machen. Das nervt. Deshalb benutze ich FFM-Pack. Ich nehme dann die Videodatei, ziehe die zum Beispiel einfach in AutoCity rein. Der holt sich dann nur die Audio-Datei raus. Dann bearbeite ich die, mache ich die lauter mit den diversen Filtern, die es bei AutoCity gibt. Und dann schicke ich die über FFM-Pack wieder in die fertig gerenderte Videodatei rein. Das sind zwei, drei Kommandozeilen, die ich da eingeben muss. Das heißt, ich nehme dann einfach die Original-Audio-Datei aus diesem Videodatei-Container raus und packe dann quasi meine neue Audio-Datei in diesen Videocontainer rein. Und mit FFM-Pack gucke dann auch gleich, dass das synchron passiert, wenn ich nicht in AutoCity die Sachen ausschneide. Das darf ich natürlich nicht machen. Also ich kann die in Lautstärke und irgendwie allem Möglichen verändern, aber nicht in der Länge. So, und dann kommen wir zur Präsentation. Und da ist wieder das Thema privat oder öffentlich. Was wir ganz am Anfang hatten, mache ich es nur privat oder mache ich es halt öffentlich? Dann die ganze Werbung darum. Dies dreht sich dann nur, wenn ich das öffentlich mache. Und dann den gesamten Bereich über die Communities. Privat-öffentlich. Privat kann ich eine Datei einfach per USB-Stick weitergeben oder über einen Cloud-Dienst. Sowas wie Nextcloud, die ich mir selber aufgesetzt habe und irgendwie ranmiete, benutzen, um das weiterzugeben. Oder ich kann es auch auf der Nextcloud öffentlich machen, wenn ich das möchte. Als öffentliches Portal ist zum Beispiel Peertube sehr gut geeignet, was ja eine freie, dezentrale Version von YouTube und den ganzen alten Netzwerken ist. Oder ich packe das halt eben auf diese ganzen alten Netzwerke, YouTube wie mir, Routube oder was es da alles Mögliche gibt und präsentiere das quasi der Welt als das Videotutorial, das dir jetzt weiterhilft bei der Thunderbird-E-Mail-Installation. Dann geht es um die Werbung. Das heißt, ich kann etwas machen, kann es ins Internet stellen und dann sagen, okay, lebt da und stirbt da, egal was da passiert. Wenn ich aber jetzt als Hinterkopf habe, dass ich da jetzt vielleicht irgendwie ein Business draus machen will, egal wie dieses Business aussieht, ob das mega professionell ist, semi-professionell oder einfach nur, dass ich mir einen Nebenverdienst, weil mich Leute gefragt haben, sagen, sie wollen mir was dafür bezahlen, dass ich das mache, vielleicht auch im Open-Source-Gedanke, dass mich jemand finanziert und ich stelle das einfach öffentlich mit der entsprechenden Lizenz zur Verfügung, dass sich das dann jeder angucken kann. Es geht natürlich auch darum, wenn ich so etwas mache und das ist vielleicht eine super Sache, was vielen Leuten helfen würde, kann ich dafür Werbung machen. Mache ich das in sozialen Netzwerken? Entweder in den neuen Netzwerken, Feli, wäre es sowas wie Friendly Car, Mastaton oder Pixelfet, kann ich dann zum Beispiel bei Pixelfet die Thumbnails wiederverwenden, die ich erstellt habe oder ich kann bei Pixelfet auch so kleine Videos machen, die neuen Sekunden-Videos zum Beispiel, worum geht es da in meinem Video und kann es da verteilen. Oder ich kann es natürlich auch in die alten Netzwerke wie so Videoshorts wie YouTube, Instagram, TikTok und weiß der Geier was verbreiten und dort vielleicht auch direkt den Link mitgeben auf die eigentliche Seite, wo das denn zu finden ist. Also ich bin da immer ein ganz großer Freund, dass ich dann, wenn ich schon diese anderen Netzwerke benutze, diese kommerziellen Netzwerke, dass ich dann eigentlich versuche, immer den Pfeil quasi auf die freien Netzwerke zu schicken beziehungsweise einfach auf die Informationsquelle, wo quasi die neuesten Neuigkeiten dann auch immer wieder erscheinen. Und natürlich ganz wichtig hier auch wieder das Logo zur Wiedererkennung, was ich vorhin erklärt habe mit der Suche, dass wenn Leute suchen, dass die sofort einen Anhaltspunkt haben, okay, das ist die Person, die mag ich oder die mag ich nicht, dass sie das relativ schnell entscheiden können. Und dann geht es natürlich eben auch in die Communities, was ich gerade schon angesprochen habe, in Fediverse oder in den anderen Netzwerken, dass ich da vielleicht einen entsprechenden Account anlege und darüber auch kommuniziere, dass ich mich in den Foren beteilige, wo es um diese Themen geht, also irgendwelche Hilfsforen oder Spezialforen, wo ich mich bewege. Dann eben auch in den Developer Communities, das heißt, wenn ich Videotutorials zu bestimmten Software oder Themen mache, wäre es irgendwie ganz gut, wenn ich mich auch in den Developer Communities bewege und denen dann auch sage, hey, ich habe ein Videotutorial gemacht, weil viele von diesen Leuten sind einfach mehr mit dem Entwicklern beschäftigt, als irgendwie Handbücher zu schreiben oder irgendwelche Tutorials zu machen. Und die sind dann ganz froh, wenn es dann irgendjemand gibt und sie davon wissen, weil die Fragen kommen immer zu den Entwicklern, die sagen, hey, wie geht denn eigentlich das da? Dann können die sagen, pass auf, da gibt es Tutorial-Kanäle, geht da hin und guckt euch das an. Also da nimmt man den Leuten auch Arbeit ab und supportet die auch damit. Und was ich eigentlich nicht so mag, aber was leider halt weiß verbreitet, sind diese ganzen Discord-Server, die halt einfach zur Kommunikation benutzt werden, wo sie halt viele Leute treffen, was halt einfach total on vogue ist oder immer noch oder nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was da gerade so der Stand ist, was da Lifestyle ist. Aber die sind halt leider extrem präsent und dass man sich da drin auch bewegt und einfach sagt, pass auf, ich habe ein Tutorial, guck mal da im Fediverse nach. Und übrigens, das sind im Fediverse immer die, das ist immer aktualisiert, hier weiß ich das nicht, ich weiß ja nicht, wie lange eure Community hier in Discord noch existiert oder so. So, und dann eben auch ein bisschen Liebe. Liebe ist wichtig bei Video-Tutorials, weil ihr macht das wahrscheinlich dann auch mit viel Liebe, diese Video-Tutorials. Das heißt, da geht es halt auch um den ganzen Bereich Feedback und Anregungen. Das geht immer so in zwei Seiten. Dann ist natürlich das alte Thema Feed the Algorithm, also sprich diese ganze Metatatenerhebung und wie die ganze Werbung funktioniert in den verschiedenen Netzwerken. Dann eben auch wieder das ganze Thema Werbung, also nicht nur von einem selber, sondern auch von anderen. Wenn ich mir was angucke, was ich toll finde, am besten rede ich darüber, wenn jemand was Tolles macht und leite das weiter und behalte das nicht einfach für mich. Und das ganze Projektsupport, also sprich die ganze Software, die ich benutze, die noch supporten. Und wie das aussieht, zeige ich dann auch noch gleich. Bei Feedback, fordert Feedback ein. Ihr kennt das, wenn ihr vielleicht so auf YouTube oder anderen Portalen so Video-Tutorials guckt, dann kommt immer dieser Satz Like und Subscribe und irgendwie abonniert meinen Kanal und kauft meine ganzen Merchandise oder weißt du auch, geiler was. Das ist einfach wichtig, weil sonst machen es die Leute nicht. Da setzen sich Leute hin, verbringen eine Menge Zeit unter Umständen und teilweise ist das richtig viel Aufwand einfach vom Inhalt, komplexen Inhalt einfach wiederzugeben und verbringen dann eine Menge Zeit und da ist es auch ziemlich hilfreich, wenn die dann auch so ein bisschen was zurückkriegen, weil wenn du mal zwei Wochen oder drei Wochen lang dich für ein Thema vorbereitest und irgendwann ein Video machst und dann kriegst du gar kein Feedback, ist für die Leute schön, die es gucken, sagen wir es mal so. Und da ist einfach so, wenn du jemanden, wenn du findest, dass jemand guten Content macht, dann zeigt es den Leuten auch. Also red darüber, kommentier oder mach was mit dem Kanal, abonnier den oder teil den weiter oder wie auch immer. Ob das jetzt auf Peertube ist, also im Fediverse, ob das in anderen freien Netzwerken ist oder auch in den alten Netzwerken, da muss man vielleicht für sich einfach die Balance finden im Sinne von Metadaten irgendwie erzeugen oder nicht erzeugen und eben dann auch sagen, okay, ich finde das, was du tust, gut. Und beziehungsweise können wir den Leuten auch sagen, hey, warum hast du zum Beispiel nur hier einen Kanal oder kann ich deine Videos zum Beispiel auch aus diesem YouTube oder sonst was auch zum Beispiel auf dem Peertube-Server spiegeln, auch Arbeit abnehmen, den Leuten helfen zum Beispiel, Anregungen geben und einfordern und dann eben auch an der Entwicklung des Formates helfen. Also wenn ich Feedback kriege von Leuten, die sagen, ja, das finde ich nicht okay, dass bei dir ständig im Hintergrund so ein Blitzelicht am Start ist, dann kann ich darauf eingehen und dass die Leute mir sowas sagen und vielleicht fällt mir das einfach gar nicht auf, weil ich das irgendwo mal cool fand und dann einfach vergessen habe und es blitzt halt dann für alle Ewigkeit da hinten weiter. Vierter Algorithm ist eben diese Geschichte mit Metadaten. Also man muss da einfach so für sich eine Balance finden oder für sich persönlich entscheiden, auch als Zuschauerin, dass man sagt, okay, ich sage dieser Person, diesem Content-Producerin, sage ich einfach so, finde ich gut, was du machst oder auch nicht. Wenn ich es nicht gut finde, dann klicke ich da auch nie wieder hin. Das ist so die beste Lösung. Wenn es mir nicht gefällt, muss ich kein weiteres Wort darüber verlieren. Ich kann natürlich auch irgendwelche Hassreden da irgendwie veröffentlicht, geht auch. Aber wie sinnvoll das ist, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das heißt, darüber reden, Diskussionen anregen, auch von beiden Seiten. Also wenn ihr Content-Creator seid, regt Diskussionen an, also offene Fragen stellen und dann geht es auch um das Thema Clickbait und Dark Patterns und das ist ein sehr kontrovers diskutiertes Thema, was nicht schön ist, weil das alles so in den Bereich eigentlich Sucht hineingeht, dass man Sucht erzeugt, wird aber halt leider sehr, sehr viel benutzt und bei den, wenn man sich in den alten Netzwerken, in den alten Portalen bewegt, wie YouTube oder sonst was, damit funktioniert der Algorithmus. Das heißt, mit Clickbait und Dark Patterns, es gibt zum Beispiel aktuell oder noch aktuell diese ganze Diskussion um die roten Pfeile bei den Thumbnails von den Videos. Wenn du einen roten Pfeil in deinem Thumbnail drin hast, wird dein Video einfach mehr geklickt und das füttert den Algorithmus, dass einfach dein Video mehr vorgeschlagen wird. Das ist die Frage, wie weit will man da mitgehen, will man da überhaupt mitgehen und wenn man da gar nicht mitgehen will, ist man umso mehr auf die Community, auf die Leute, die einen mögen, angewiesen, dass die quasi über die Videos reden, dass die weiter teilen und darunter einfach Leben erzeugen mit Kommentaren, egal ob sie jetzt noch Kochrezepte teilen oder was auch immer da machen. Das ist halt einfach so, das existiert halt, das kann man nicht negieren, man kann das nutzen, ich will das völlig wertfrei sagen, man kann das aber auch nicht nutzen, ist aber dann halt einfach auf andere angewiesen, wenn man quasi Ruhm erreichen möchte oder Bekanntheit erreichen möchte, weil man einfach überzeugt ist von dem, dass das, was man da tut, einfach was Tolles ist und was das Leuten hilft oder wo man einfach sagt, ich will einfach viel Geld verdienen. Alles legitim. Und dann eben Werbung, was ich vorher schon mal gesagt habe, kann mit Thumbnails machen, man kann Teaser erstellen, eben diese neun Sekunden auf TikTok, Instagram, Pirtube, weiß der Geier was. Kommunikation in sozialen Netzwerken, also einfach nur einen Account anlegen und dann einfach hier ein neues Video, hier ein neues Video, kann man ein RSS-Feed machen, ist genauso die Geschichte, worauf viele Leute, und das wisst ihr ja auch selber, wenn ihr mal irgendwo was meldet oder wenn ihr jemanden anschreibt, sei es eine Zeitung, sei es ein Journalist, sei es irgendwie so ein Video-Tutorial und da antwortet dann tatsächlich auch jemand und geht drauf ein, das ist ein ganz anderes Erleben, als wenn ihr da einfach nur ein RSS-Feed abruft und ja, hier mein neues Video, hier mein neues Video, hier dies und jenes. Mag zwar auch toll sein, aber wenn man mal eine Frage hat, ist es umso besser, man kommuniziert auch über diese Kanäle, was aber auch wieder viel Aufwand erzeugt. Wenn ich jetzt einen Frendiger-Kanal habe, wenn ich einen Pixel-Fed-Kanal habe und dann irgendwie noch drei andere Kanäle in den alten Netzwerken, dann muss ich die alle irgendwo bespielen, die ganze Zeit. Oder ich sage einfach, nee, ich schreibe bei den alten Netzwerken hin, wenn ihr mit mir kommunizieren wollt, dann geht darüber, da bin ich erreichbar oder so. Und ganz wichtig, bei der Sache eine Landingpage haben, also das heißt, am besten irgendwie so eine Webseite haben, wo ihr immer drauf zeigen könnt, dass egal, wo ihr irgendetwas veröffentlicht, immer das ist eure Landingpage. Wenn ihr irgendetwas über mich sucht, über meine Person, über meine verschiedenen Projekte, das ist die zentrale Seite, sei es jetzt eine eigene Webseite oder sei es jetzt irgendwie, keine Ahnung, also eine Seite, die ihr immer bespielt, wo immer das Aktuellste drauf ist und wo ihr auch die Leute informiert oder eine Mailingliste oder irgendein sonst was. Also ein zentraler Punkt, der außerhalb sämtlicher Netzwerke ist, von denen ihr abhängig seid, beziehungsweise über die ihr keine Kontrolle verfügt. Es gibt ja diese ganzen Beispiele, wo gerade in den alten Netzwerken, so Facebook, Instagram und so weiter, wo Leute ihr Geschäfte aufgebaut haben, dann hat die Firma gesagt, nee, okay, du hast gegen irgendwas verstoßen oder wir mögen dich nicht, machen wir dicht und sofort ist die Existenz dahin. Deshalb immer versuchen, auf einen eigenen Hub, auf eine eigene Seite, auf eine Landingpage zu verweisen. So, und jetzt geht es nicht mehr weiter. Oder? Ah, nee, mir ist schon die Kraft geschwunden. So, Projektsupport aktiv zur Verbesserung eintragen, das heißt, die Software, die ich benutze, vielleicht auch, wenn mir irgendwas auffällt, dem Projekt zurückgeben, irgendwie Feature-Requests oder Fehler-Reports zurückschreiben, das ist ungeheuer hilfreich. Das ist kein Anspruch darauf, dass das alles implementiert wird oder verbessert wird, aber es wird einfach genannt, weil wenn viele Leute auf was gucken, fällt vielleicht auch viel mehr auf und man kann einfach Dinge von der Qualität her wesentlich verbessern. Also hier Fehlermeldungen in den Repositories oder in den, es gibt manche, die machen das nur über die Foren, je nachdem, wie intensiv man das Ding halt einfach nutzt und sagt, okay, das nervt mich jetzt wahnsinnig, das schreibe ich jetzt einfach mal dazu. Und dann geht es eben über Spenden, also nicht nur für euch als Content-Creator, sondern eben auch für die Open-Source-Communities, also sprich für die ganzen Communities, die diese Software herstellen, einfach mal drüber nachdenken, kann ich da vielleicht irgendwas spenden? Da gibt es ja auch unterschiedliche Versionen, man kann direkt spenden oder über solche Plattformen wie Steady, Patreon oder Affiliate-Links, je nachdem, was das für irgendwelche Projekte sind, kann man sich das einfach mal überlegen, das zu tun. So, und jetzt noch die letzten Infos zum Schluss. Das ist mein Musikkanal unter dem Projekt Odo Sendaidokai. Da mache ich meine ganzen Musik-Tutorials, das war auch der Grund, warum ich mit den ganzen Video-Tutorials angefangen habe. Da mache ich zu einer Software, die nicht Open-Source ist, mache ich halt einen Haufen Musik-Tutorials. Ich mache aber auch andere Tutorials ab und zu mal, auch über Open-Source-Software, wo ich einfach Leuten erkläre, wie man etwas funktioniert. Das kommt meistens dadurch, dass mich Leute ansprechen, sagen, hey, ich suche da was oder ich will da irgendwas benutzen, habe aber keine Ahnung, kannst du mir das mal erklären? Und dann sage ich dann meistens alles da, mittlerweile. Ich mache ein Video-Tutorial dazu, weil wenn du die Frage hast, haben das bestimmt auch noch zwei andere. Und wenn es auch dann nur zwei anderen Leuten hilft, ist dann schon mal drei Leuten geholfen. Und da findet man mich auf meiner Landingpage, eben auf dieser Sendaidokai.de, da stehen dann quasi alle Kanäle, die ich so mehr oder minder so bespiele, wo man die ganzen Sachen sehen kann. Hier habe ich nochmal so eine kleine Übersicht von der gesamten Software, die ich mehr oder minder angesprochen habe. Ich habe hier zu dem ganzen Thema Markdown noch nicht viel gesagt, weil mir die Zeit quasi ein bisschen davon gerannt ist. Aber da gibt es auch nochmal eine ganze Menge Software, mit denen man seine ganzen Ideen sammelt, seine ganzen Gedanken sortiert und die ganzen Sachen vorbereitet. da gibt es ganz, ganz tolle Sachen und da eben unter anderem eben auch Doku-Wiki, womit man das hervorragend auch im Team machen kann, wenn man zu mehreren an solchen Sachen arbeitet. Und dieser Vortrag wird auf jeden Fall nochmal über diesen Blog-Artikel, da ist der Link nochmal als QR-Code nebendran, abrufbar sein. Auch mit den ganzen Informationen zu den verschiedenen Software, damit man da auch gleich die ganzen Links irgendwie mit dazu hat und sich nicht selber zusammensuchen muss. und dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit und falls ihr noch Fragen habt und ich euch noch nicht so tot gelabert habe. Kurze Frage, soll ich die Aufnahme abschalten? Abschalten, okay.